ähm 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 das ist also das zimmer ich äh und da fragen sich die besitzer nicht was der hier so macht und ob da nicht irgendwie und ausmalen es mich ein bisschen an The Crow alter Schrank mhm It looks, well, ancient Fürwahr Fürwahr Nichts Schade A big vertical crack in it lets me know it's empty Oh, schade Nichts drin Na ja, seltsamer Staub Strange little pyramids of greyish blue dust Graublauer Staub Probably alchemical in nature No time to look into it Ähm Okay Ia Angaku Ia Si Nibo Okay Das ist wahrscheinlich nicht gut, oder? Not gonna pick any of this stuff up Who knows what it is and does Oder vor allen Dingen wer weiß wer das mal war Pentagramm Of course there had to be a pentagram Of course Und du musst natürlich mitten rein stellen wohin auch sonst I guess Olmstead tried to follow in Flamel's Footsteps Ah, ob das hier geklappt hat? Ich bin unsicher Know this seeker Books hold untold meaning Order is capital Okay Okay, das war Nicht gut, ne? Das war nicht so, oder? Okay Ein Pentagramm Von meinen Streifzügen Das Okkulte Kenne ich Rituale mit bestimmten Worten Die in jedem Winkel des bösen Zeichens gesprochen werden müssen Wo soll ich nach ihnen suchen? Das weiß ich auch nicht Wir werden es vielleicht herausfinden Drei Vier Fünf Zwei Das hier ist wahrscheinlich die Eins Zwei Drei Vier Fünf Okay Noch mehr seltsamer Staub Okay Und überlebende Bücher Sehr viele Bücher Diese besonderen Bücher haben irgendwie überlebt Sie sehten in alphabetischer Ordnung Ich musste hier eine Art informativen Wahl machen Eigentlich Auswahl Was? Was? Kultur ist in Tenebris Et Mures in Pataebus Ex Oblivione Felis di Ulter Iconis Identificatio Idolatres Idolum in Ignis Impedio Vacerosus Impedio Vacerosus In Lattebris Metum In Nomine Urbis Occidentem Reanimator Can ich nun Film Reanimator Polaris Sepulcum Terriblis est Senex Vasi 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 Ficum Concilium Ziva Quia Minus Gravis Quam Profitebatur Depra Edantur Kingsport Dicunt In Colae Ad Che Terribli In Vetus Omos Cogitare Mote de Eo Quod Plerumque Servare In Columeum In Columem Operam Accomodatum A de Ritzi Sicut e Swa Das ist alles falsch. Inquisitores et Gautos. Aha, aha. Das sind immer die Worte. Ibi unum. Ich, äh... Okay. Ich schau mich noch mal ein bisschen um. Pah, Paris bei Nacht. So schön. Ah, Paris. The city of lights. More like lightning now. Looks just as dreary as any other town in a thunderstorm. Wish I could have visited under different circumstances. And weather. Beides wahr. We'll always have Paris. Rainy, somber Paris. Thomas Paris. Paris sagt nix schade. What a cacophony. Too many damned people. Natürlich, das versteh ich. Bonsoir, Paris. Man kann ja mal guten Abend sagen, find ich gut. Ansonsten... Ah doch, 1, 2, 3, 4 haben wir hier auch. Aber wir können sie nicht berühren. Ach, jetzt geht's. I, or the roman numeral for one. I. Ach so. Know this seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Ja, ja. Das stimmt schon. Das mit dem Buch hatten wir auch schon. Ordnung bedeutet Größe. Das muss bedeuten, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt, der ich folgen muss. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5 halt, ne? Ah, hier. Die überlebenden Bücher in der Bibliothek müssen mit dem Pentagramm in Verbindung stehen. Bei allen sind nur die ersten fünf Wörter unterstrichen. Das kann kein Zufall sein. Wir gucken gleich mal. Und hier? I, I, or the roman numeral for two. I, I. Know this seeker. Books hold order. Ja, ja, ja. Easy peasy. I don't know what to say. Mal gucken. I, I, I. Or the roman numeral for three. Mhm, 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 mhm. Sehr interessant, ja. I, V, or the roman numeral for four. Das Spiel erklärt das, glaub ich, noch für Leute, die keine römischen Zahlen können, ne? V, or the roman numeral for five. Ja, 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 ich glaube, das macht das Spiel. Ich dachte, es kommt noch mal irgendwas lustiges wegen I, aber gut. Ich verstehe. So, alter Schrank. Und wir haben ansonsten, ich würde noch mal ganz kurz hier reinlauschen bei dem hier. Das war ein No-Sis-Sieker, aber wir hatten hier noch den seltsamen Staub. Ja, Adzotu. Ja, Angaku. Ja, sie, Nibo. Okay. Adzotu, aber ich weiß, ob das was sagt, ne, ne? Ja, Adzotu. Oh. Adzotu? Ich guck noch mal die Bücher an. Ne, ne, das sagt hier gar nix. Ja, Adzotu und so, das sagt hier gar nix. Kann ich vielleicht noch mal hier bei den Büchern eben schauen, dass ich hier mal den hier mache? Irgendwas Großes oder Großgeschriebenes? Groß. Groß. Die Bücher sind alle gleich groß. Die Cover sehen alle gleich aus. Etwas Großes. Die Großbuchstaben vielleicht. Zeit. E-Mip. E-O. F-D-U. I. Ah. I. I-I. I-I. I-V. Und V. Könnte sein. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I auch. Müsste eigentlich passen. Katus est. Bei Iiii müsste das dritte Wort sein. Eins, zwei. Katus est Draconi. Warte mal, die Katze ist das Böse? Heißt das das? Oder Drachen? Katze ist Drachen oder Katzen ist Böse? Dann IV. Das vierte Wort. Eins, zwei, drei, vier. Das könnte sogar Sinn ergeben. Und dann V. Und das letzte Wort. Katus est Draconi in Finem. Hat mir irgendwas bewirkt? Ich, äh... Ja, ja. Ich mein, das klingt so weit eigentlich so, als müsste es genau so sein, ne? Hat er sich die Wörter jetzt gemerkt? Katu... Oh. Nein. Ah. Iiii. Ah. Oh. Katus. Aber... Oder war das einfach falsch? Aber das Katus est Draconi in Finem klingt eigentlich, ehrlich gesagt, sehr richtig. Und sonst wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie ich es lösen soll. Aber ich... Speichert, okay. Brauchen wir ein Feuerzeug? Um Kerzen anzuzünden? Oh, verrottene Bücher. Die haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Anzuzenten Bücher roten in diesem versakten Attic. So viel für niemanden, die sie ever readen hat. Hm. Nichts. Sie sind kein Wunsch bei niemandem mehr. Sie sind kein Wunsch bei niemandem mehr. Okay, alles klar. Okay. Eine bestimmte Reihenfolge gibt, der ich folgen muss. Und es klingt eigentlich, die Katze ist das Böse. So, und wir haben die Katze ja. Ich meine, ja, ich meine, es würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Und wir haben da ja diese Katze. Und ganz ehrlich, die ist auf jeden Fall böse. Haken. Okay. Gut, den Flyer kann ich hier nicht... Ja, ich weiß mich sonst auch nicht. Natürlich nicht. Mal lebende Bücher. Was passiert, wenn ich hier Fenestrim... Ah, da kann ich... Ach, da kann ich jetzt auch nichts mehr anklicken. Ah. Okay, also es ist eigentlich... Es ist eigentlich richtig. Hier würde ich auch nichts anklicken können, ne? Ne. Inquisitores et Katus hat im Puglandum. Habe ich auch mal... Das war Ikones? Katus. Äh... Das war Iii. Äh, wo ist denn hier Iii? Das hier wäre Iii. Est. Zweite Wort. Ich gucke nochmal vorsichtshalber. Drittes Wort. Von fünf. Draconi. Ich würde es genauso... Ich würde es wieder genauso machen. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Und dann fünf. Äh, hier. Aber ich weiß wirklich nicht genau... Ich... Hä? I'm not entirely sure. Ries. Überlebende, seltsamer Staub. Alter Schrank. Da ist ja eh nix drin. Also ich weiß auch nicht so. Ja, okay. Hä? Pentagramm selber kann man auch nicht mehr auswählen. Oh, warte mal. Können wir das jetzt aussprechen hier? Katus. Ich habe das Buch gewählt, startend mit einem I. Und das erste Wort in der Sprache. Ich war an etwas. Okay, das ist merkwürdig. Das... Okay, das ist ganz merkwürdig gemacht, weil er vorher immer was anderes gemacht hat. Aber gut. Est. Okay. Draconi. 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 Ob das... Hinau... Draconi. Ähm. Ich bin ehrlich. Das ist nicht das, was ich erwarte, wenn ich irgendwas mit einem Pentagramm beschwöre. Ich erwarte nicht, dass da einfach eine Leiter kommt. Das ist irgendwie so... Man denkt sich, da kommt irgendwas aus der Hölle oder bla oder sonst irgendwas mit beschworen. Kommt da eine Leiter. Okay, gut. Wundert er sich gar nicht? Achso. Leiter. Ja, dann warte erstmal nochmal ganz kurz hier schnell reingucken. Achso, alles durchgestrichen. Okay, dann gehen wir einmal mit Leiter nach oben. Okay, gut. Das, äh... Merkwürdig. Hä? Wir waren doch schon unter Nachgiebel. Wir sind im Turm. Es gibt einen Turm da drauf. Okay. Okay. Und jetzt müssen wir Jump'n'Run mäßig nach oben, ne? Ah, Paris. Hm, hm, hm. Immer. Poetisch, aber ich habe nicht Zeit für das. Hm, 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 hm. Zu viele Stimmen? Ja, kennen wir schon. Bonsoir, Paris. Das kennen wir schon. Okay, wir haben hier einen Spiegel. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bücher da oben. Mülleinbehälter. Was ist denn jetzt mit Constanze? Und wieso liegen ja schon wieder Federn rum? Warum hatten ja immer so viele Federn? Schon wieder Federn. Ich bin sicher, dass es hier ein bisschen Signifikanz gibt, aber es ist mir weg. Hm. Warte, Olmstaff hat eine Krowsfeather-Penn gegeben. Was bedeutet das? Stimmt, und er hat natürlich im Hotelzimmer auch noch welche zurückgelassen. Daran erinnern wir uns. Alles muss hermetisch sein, nicht wahr? Mh, mh, mh. Corvus. Corvi. Corvinus. Was? Was ist denn mit dem? Kann der gern Deutsch? Ich brauche ihn nicht. Hm, okay, wir nehmen nie Federn mit. Ich weiß nicht genau, warum. Okay, Müll gucken wir uns noch an. Es gibt viel Schrank in hier. Ich gehe nicht durch alles. Ich muss meine Augen auf die Preise. Natürlich. Ich muss mich nicht zu verraten, zu verraten. Ich kann nicht. Ich muss mir alles angucken. Wieder nichts oder zu viel. Schade. Okay, hier. Oh, warte mal. Hier ist der Behälter. Sicher, du hast eine Kampf gemacht, nicht wahr, Olmstaff? Oder Olmstin oder was auch. Komm zu Daddy. Bitte was? Flamilius necessarium est. Flamilius ist also wichtig. Wenn ich das richtig verstanden habe. Keine sichtbare Möglichkeit, den Behälter zu öffnen. Ich frage mich, ob ich hier noch etwas anderes brauche. Das Mal des Jägers hat gesagt, Flamilius necessarium est. Ich bin kein Latein-Gelehrter, aber ich wette, dass es bedeutet, dass ich Flamil brauche, um den Behälter zu öffnen. Nikolaus, mein Lieber. Ah. Das war vielleicht zu einfach. Eine Seite. Seite an Seite. Seite, wann liegt die denn da? Aus einem Buch, okay. Ich esse, stracetela. Okay, wir sehen uns, was das sagt. Huh, interessant. Ich sollte Buzz über das gleiche erzählen. Er hätte besser ein Telefon-Signal haben. Ich versuche mitzukommen. Ich habe keine Ahnung. eron- Vielen Dank.